Zu Besuch haben wir heute Michael Schulte. Einige von euch kennen ihn sicherlich noch aus der The Voice Staffel von 2012, doch mittlerweile hat er sein zweites Album raus. Und zwar The Rising und ist aktuell auf deutscher Trinie, um dann ein Album zu promoten. Ganz genau. Du sagst gerade Mode, ich bin jetzt leider nicht so modisch angezogen. Naja, aber du hast ja trotzdem einen coolen Style und es gibt auf jeden Fall auch ja um Entertainment und Musik wie gesagt und erzähl uns doch mal ein bisschen zu deinem aktuellen Album. Sehr gerne. Du hast schon gesagt, das heißt The Rising. Wir haben jetzt zwei Jahre lang gearbeitet, haben das in Berlin aufgenommen und das ist glaube ich sehr, sehr schön geworden. Wir haben uns wirklich Zeit gelassen, haben sehr viel ausprobiert, haben sehr detailreich auch gearbeitet und ja, jetzt kann man da reinhören und wir präsentieren das Ganze hier in Deutschland. Zwölf Konzerts stehen wir gerade. Meine Band ist dabei und jetzt heute sind wir in Köln. Sehr cool. Was erwartet denn die Zuhörer auf deinem neuen Album? Gibt es da irgendwelche Ähnlichkeiten zu deinem ersten Album, Wide Awake oder was ist anders? Letztlich ist natürlich meine Stimme drauf. Die hat sich natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt. Ich bin auch älter geworden. Das habe ich auch schon gehört. Sie war glaube ich damals noch etwas zarter, würde ich sagen. Genau. Mit ein paar mehr Ecken und Kacken auch stimmig dazu gekommen. Zum anderen hat sich einfach die Musik auch weiterentwickelt. Man findet sich als junger Künstler glaube ich erst nach einer gewissen Zeit und das war jetzt bei mir der Fall. Ich habe zwei Jahre sehr viel live gespielt, habe in viele Musik reingehört, verschiedene Stile auch ausprobiert und das, was man da jetzt auf dem Malmö. Das ist jetzt das, was ich den Leuten zeigen möchte und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich weiß, was ich machen möchte. Und ja, ich bin sehr glücklich damit. Sehr schön. Wie würdest du denn deinen Musikstil beschreiben, wenn man den jetzt irgendwie in einem Genre, sage ich mal... Was würdest du denn sagen? Ich würde sagen... So einfach, ne? Ja, es ist eine Mischung aus natürlich Singer-Songwriter, dann ein bisschen Country-Einflüsse, damit meine ich gehört zu haben. Ein Country würde ich, ich glaube, wäre das so ziemlich das Einzige, was ich jetzt nicht unbedingt benennen würde, außer ich meine, es gibt viele Stile, die da aufhören, weil nicht zu hören, so ein Country, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich sage immer so eine Mischung aus so Pop, Singer-Songwriter, Alternative, ein paar Rock-Elemente auch. Aber so einen genauen Stil zu benennen, ist immer sehr schwierig. Ja, na klar. Keiner möchte sich in eine Schublade hacken lassen, aber... Wie gesagt, ich habe ja auch in viele verschiedene Künstlereien gehört und man nimmt halt von verschiedenen Leuten auch Einflüsse. Also ich meine, wenn man es jetzt überordnet, ist es auf jeden Fall noch Pop, denke ich mal, aber auch mit vielen verschiedenen Einflüssen von anderen Stilen. Was inspiriert dich denn zu deiner Musik? Gibt es da irgendwelche Künstler dich inspirieren oder beziehst du deine Inspiration eher aus bestimmten Lebenssituationen? Also der Inhalt meiner Musik, also Texte, das sind alles Sachen, die ich selbst erlebt habe, die mich berühren, das sind alles authentische Texte. Musikalisch gibt es so ein paar Künstler, die ich total abfeiert, wie zum Beispiel Ben Howard oder London Grammar finde ich super, James Blake, LJ. Da gibt es viele großartige Musiker, auch jetzt eine neue Band, die ich für mich entdeckt habe, Half Moon Run heißen die. Es gibt schon einige Leute, die mich da ein bisschen inspiriert haben in einer Art und Weise. Und Ben Howard ist für mich so der große Held. Und ich habe leider jetzt das Pech, dass er heute weil er auch in Köln spielt und ich nicht hingehen kann. Das ist natürlich ein bisschen doof. Und er ist halt jetzt, ich glaube er spielt fünf Konzerte in Deutschland und wenn ich selbst auf Tour und kann nicht ab die Konzerte gehen, das ist ein bisschen schade. Aber ja, beim nächsten Mal. Okay. Was ist denn deine Herangehensweise, wenn du einen Song schreibst? Hast du da, keine Ahnung, wachst du da manchmal nachts auf und hast eine Idee oder manchmal eine... Gibt es auch, ja. Also es kommt auch manchmal vor, dass ich irgendwie eine Melodie im Kopf habe und dann schlaftrunken und irgendwie versuche, was ins Handy einzusingen. Das klappt dann meistens gar nicht so gut. Es gibt auch Textideen, die ich teilweise dann plötzlich irgendwie im Kopf habe, mitten im Schlaf und die schreibe ich dann auch auf. Generell ist es so, dass ich mich meistens mit der Gitarre hinsetze und zuerst mal auf ein paar Gitarrenagons rumspiele. Ich suche mir irgendwie ein paar Gordel, da drauf rum und dann singe ich dazu irgendeine Melodie, irgendeinen Gaga-Text. Im ganzen Schluss guckt bei mir dann der Text. Ich überlege, okay, was löst das jetzt gerade in mir aus. So diese Akkorde zusammen mit dieser Melodie, die ich dann da singe. Und da schreibe ich den Text drauf. Wie gesagt, irgendwelche Sachen, die mich bewegen in dem Moment vielleicht gerade oder die mich vielleicht auch ein paar Jahre zurück irgendwie bewegt haben. Und ja, das hört man jetzt alles auf diesem Album. Wer entscheidet denn dann letztendlich am Ende des Tages, welche Titel auf dem Album landen? Letztlich mache das ich. Also es gibt dann 25 Songs, glaube ich, waren es dieses Mal, die ich geschrieben habe. Und ich mache dann eine Vorauswahl mehr oder weniger und sage, okay, die hätte ich gerne auf dem Album. Und jetzt bei den beiden Albumen war das immer so, dass die sehr ganz cool war. Sie war eigentlich ganz genauso. Ich meine, man hört ja auch, welche Songs wirklich gut sind und welche da eigentlich am besten drauf sollten. Das war auch wieder der Fall. Es haben wir 13 Songs da drauf und alle sind happy. Und ja. Wenn ich richtig informiert bin, hat doch der Ray auch einen Song für dein aktuelles Album? Nee, das war auf dem ersten. Das war auf dem ersten. Sind denn irgendwelche Kooperationen geplant mit anderen Künstlern? Oder wer wäre denn zum Beispiel ein Künstler, mit dem du gerne vielleicht mal ein Duett... Genau. Würde ich jetzt auf jeden Fall nicht Nein sagen. Okay. Aber ich glaube, das ist nicht so einfach. Vielleicht früher oder später. Vielleicht stehen wir zumindest mal irgendwann auf einer Bühne und man lernt sich kennen. Das wäre für mich auf jeden Fall eine große Ehre. Vielleicht hat man auch mal die Chance zusammenzuschreiben, aber wird man sehen. Wir sind ja beide noch relativ jung, also ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit, uns zu finden. Das würde mich auf jeden Fall sehr glücklich machen. Ansonsten sind jetzt nicht unbedingt irgendwelche Zusammenarbeiten mit anderen Künstlern geplant bisher. Aber ich meine, ich würde sowas schon auch mal machen. Wenn man sich da irgendwas anbietet und das auch passt musikalisch. Ja, klar. Würdest du sagen, dass du nach... Du wolltest sozusagen jetzt deinen Traum lebst, dass du quasi da angekommen bist, wo du wahrscheinlich mit dem ersten Casting da vielleicht mal hin wolltest, wo du eine Idee hattest? Ich habe da eigentlich überhaupt gar keine Gedanken gehabt, was ich irgendwie machen möchte. Ich habe einfach irgendwann angefangen Musik zu machen bzw. ich habe schon als kleiner Junge einfach immer gesungen. Und habe gar nicht gedacht, ich möchte jetzt irgendwann unbedingt irgendwie hauptberuflich Musiker werden. Sondern das ist so nach und nach einfach passiert. Und das ist natürlich großartig, dass ich jetzt davon leben kann von dieser Sache, die ich einfach auch liebe. Und wie gesagt, so dieser Weg zum hauptberuflichen Musiker, das ist einfach passiert. Und ich genieße das aber natürlich total. Ich bin sehr glücklich damit. Ist auch kein einfaches Business. Also es macht natürlich Spaß, aber ist auch sehr anstrengend. Aber insgesamt bin ich doch sehr glücklich. Hast du denn manchmal auch noch Zweifel? Ich glaube, jeder Musiker hat irgendwie Zweifel. Und wie gesagt, es ist wirklich kein leichtes Pflaster hier, was Musiker so machen. Es ist wirklich anstrengend. Und gerade auch diese Zweifel sind einfach immer da, weil du einfach eben nicht diese Städte hast. Du gehst nicht irgendwie um 8 Uhr auf Arbeit und gehst um 16 Uhr nach Hause und schaltest den Kopf aus. Sondern du bist ja irgendwie mehr oder weniger dein eigener Herr. Was ja irgendwie auch nett sein kann, aber auch auf der anderen Seite sehr, sehr anstrengend. Weil du immer schauen musst, wo bin ich in zwei Jahren? Wie läuft das mit der Musik? Kann ich von der Musik noch leben in fünf Jahren? Von daher ist es auf jeden Fall nicht einfach. Aber wiederum ist es natürlich schön, dass man irgendwie sein Hobby zum Beruf machen kann. Das ist auch ein gutes Stichwort. Wo bin ich in zwei Jahren? Wo hast du schon Pläne für das nächste Jahr für 2015? Ist da schon konkret was geplant? Oder ist dann erstmal nach der Tour jetzt erstmal eine kleine Schaffenspause angesagt? Ne, ich glaube, das kann man sich gar nicht leisten als Musiker. Zumindest nicht jetzt auf dem Niveau, auf dem ich mich da befinde. Man muss natürlich weiter liefern und das werde ich auch machen. Ich werde jetzt dann langsam anfangen, wieder neu zu schreiben für das dritte Album. Und unser Ziel ist auch, international anzugreifen. Wir haben schon Radio Airplays in England, in auch Amerika. Und die Musik ist ja auch international. Und das ist halt das, was wir jetzt versuchen wollen. Und hoffen, dass wir da ein bisschen Erfolg tragen können. Alles klar. Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Danke dir fürs Interview. Sehr gerne. So, ciao. Bis bald. Tschüss. Tschüss.